Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Sky Family. Wir gehen direkt auf den Server, starten die Aufnahme und... Los geht's. So. Wir haben den Kuchen, der noch nicht angerührt wurde. Zum Glück. Ja, okay, gut, so früh nimmt auch keiner auf wie ich. Dauer doch, bei der Corticum, egal. So. Alter, haben wir Federn. Und wir haben sogar Leder über. Wo sind denn die ganzen Strings denn? Ach, die hat der Box verwendet, genau. Ja, wahrscheinlich hat der Box verwendet hier für seinen... Kaktus. Mein kleiner grüner Kaktus. Nice, jetzt habe ich schon drei. Jetzt haben wir schon vier. Jetzt haben wir schon wieder die nächsten vier. Oh, ist das geil. Ich hoffe mal, dass jetzt wirklich dahinten mal langsam das Stroh fertig wird. Angeln? Nee, jetzt will ich nicht angeln. Tropenholz könnte ich noch verwenden, verwerten. Erstmal brauche ich dafür Cobblestone. Ich will das erstmal alles sicher machen. Wieso bist du denn grün? Okay. Oh, ich sollte ganz dringend auftauchen. Wir lassen uns das mal schmecken. Dann ein bisschen was zum Kuchen. So. Enten haben wir noch ein Möhrchen. Die müssen jetzt auch mal fertig sein hier. Auch nicht so wirklich, ne? Hm. Hat der Kordi schon aufgenommen? Äh. Scheinbar hat der Kordi aufgenommen. Hm. Stimmt. Das Holz sieht ganz anders aus. Hm. Aber er ist nicht fertig geworden. Egal. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Ich wollte jetzt hier... Ein bisschen Cobblestone noch fahren. Weil ich brauche halt wirklich jetzt Cobblestone, um da entsprechend endlich mal an meinem Häuschen weiterzukommen. Das kann ja nicht sein, dass, äh, Danger sein Turm so groß ist und meiner so klein. Deswegen muss ich da ein bisschen jetzt mal Gas geben. Und sofern Pox davor hat, äh, eine Tanne zu basteln oder das irgendwie optisch darzustellen, lieber, lieber Pox. Pack da doch einfach eine Tanne hin. Sofern haben wir doch die Tannen. Wichten. Wie auch immer. Und dann setzt einfach nur das Holz da da rein. An die Stellen, wo das dann hinkommen sollte. Also weil Holz ist... Da... Holz da ist, decadet es nicht. Oh, Mann. So schön war es mit der Effizienz-Spitzhacke. Egal. So, wie viel habe ich denn jetzt? Oh, 48 erst. Na, egal. Damit sollte man was reißen können. Puccini! Ah, schön Star Wars. Oh, ich bin immer noch voll im Star Wars-Hype. Egal. Das wird ein Fenster, das ist ein Fenster. Das wird ein Fenster, das ist ein Fenster. Yeah. Und wenn ich jetzt hier noch unten diesen kleinen Schönheitsfehler verbessere, sieht das auch gleich viel besser aus. Warum ist das unten und hier nicht so steil? Ah, doch, hier ist es auch steil. Moment, ja, klar. Warum ist das hier nicht so steil? Was ist hier der Unterschied? Eins, zwei, drei, vier. Wird der Treppe früher angefangen? Nee. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Hä? Muss ich nicht verstehen, liebe Leute, ne? Muss ich nicht verstehen, oder? Dann ist gut. So, hier schön dicht machen. So. So, ja, alles ordentlich aussieht. Nee, der Baum ist noch nicht gewachsen. Okay, ich wollte gerade sagen, ist der Baum jetzt schon wieder gewachsen? Nee, ne? So. Okay, hier, ach, hier wollte ich ja auch noch. Hä? Wer war denn so grenzlabil? Hä? Genau, und hier soll es dann zu sein. Das heißt, hier soll es dann zu sein. Oh. Oh. Genau. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Genau. Müssen wir aber erst mal schlafen. Bei dir dürfte jetzt keiner spawnen. Und wieso willst du nicht wachsen? Ach, egal. Hm, da haben wir dann eine schöne Menge. Ich hoffe mal, dass die Gemeinschaft das auch dann nutzt. Also nicht nur irgendwie so von wegen, ah, wir haben jetzt und dann, nee, nutzen wir nicht, ne? Das wäre jetzt natürlich dann schade. Jetzt muss ich mal an die Mob-Farm gehen. Das ist eine Kuh. Gibt sogar Leder. Alter. Ist das noch ein Zombie? Hier hat der Dax auch schon, glaube ich, ein bisschen weiter gebaut, oder? Er hat eine Kuh in seinem... Ach, egal. Warte mal, jetzt kann ich doch... Wenn ich das dann nehme? Und, äh... Stein? Nein, schade, das geht nicht. Schade. Ist jetzt cool gewesen, wenn ich den Stein auch verwenden könnte. Hm. What the fuck? Ich hab's gar rausgefunden, warum die das spawnen. Oh, fuck. Das sind die Akazien. Das sind die Akazien. Voll uncool. Ähm. Das sind die Akazien, die da können... Kult sind. Ähm. Oh, hier hab ich auch noch ein bisschen Steine. Stein? Hab ich ja noch ein bisschen was. Ähm. Ach, hier ist vier. Ich geh noch ein bisschen was haben. Warum ich vier Eichensetzlinge drin hab, kein... Warum ich da vier... Ah. Artikulieren. Sätzen sechs. Warum ich da Eichensetzlinge drin habe, kann ich euch jetzt gerade aktuell gar nicht sagen. Dann scheint irgendwie Brain-Afkar weggegangen. Oder war das das nicht? Akazier. Hm. 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 Egal. Ich hab sogar rohes Fleisch. Hä? Ich hab doch nur eine Kuh getötet. Hm. Gut, muss jedenfalls nicht zurücklaufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wunderbar. Nein. Mann. Mä. 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 Nee. Genau das nicht. Ach, genau. Die müssen weg hier vier Stück. 1, 2, 3, 4. Weil ich die ja durch Stein ersetzen muss. Genau. Ernsthaft? Braucht ich das echt? Egal. Halt, ich hab doch... Hab ich... Nein, hab ich nicht. Stimmt, hab ich gerade verwendet, ne? Mh. Trupple. Hirn einschalten. Hirn einschalten. Hm, lecker. Frisches Stück vom Rind. Wenn man, dass der Creeper jetzt weg ist, dann werde ich die Akazier füllen. Er scheint weg zu sein. Das ist echt... Das können wir nicht hier... Das können wir echt nicht bringen hier. Ich muss echt darauf achten. Das ist nämlich echt gefährlich. Aber schön, dass er mich noch so freundlich angeguckt hat und noch gesagt hat, Ey, pass mal auf. Bugst du mich jetzt zu lange an? Dann komm ich runter und verprügel dich. Oder ich explodiere vor lauter Wut. Hm? Kann man jetzt halten, wie man möchte. Warum will der nicht wachsen? Willst du ein ganz großer werden, hä? Siehst du, Pox? Damit geht das. So, jetzt hab ich nichts mehr. Ah, wir haben ein paar kleine Schäfchen. Schweine sind mit Möhrchen zu füttern, Pox. Schweine. So, das geht noch. Das geht noch. Und das geht noch. Und das geht noch. So, 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 so. Und bei den Kartoffeln. Wow. Das geht, das geht. Das. Na gut, ihr schafft das vom Sound her nicht, weil da zu viele Hühner oben drin sind. Ah, war egal. Ich hab sogar eine schlechte Kartoffel dabei. Nimmt der Village auch schlechte Kartoffeln an? Kann ich ihn damit über den Tisch ziehen? Ich glaub nicht, ne? Gucken wir einfach mal. Villager, wo bist du? Da bist du. Ja, Bock, Bock. Nein, ich komm mich ja nicht ran. Ach, komm schon. Mann, ich will ein bisschen mit dir handeln. Mann, ich will das auf und zu machen. Das nervig. Wo bist du da? So. Wenn ich jetzt hier noch acht Kürbisse zusammenkriege, wäre geil. Ja, krieg ich zusammen. Hunna do kato, hunna do kato. So. Hab ich keinen Cubblestone gefarmt? Echt nicht? Geht's. Abend. Ich bin echt so ein bisschen grenzlabil, oder? Okay, ich bin übermüdet. Das könnte es auch sein. So, jetzt fahr' mich noch die letzten paar Sekunden. Müssen nämlich genau jetzt gleich piepen. 3, 2, 1. Und zwar jetzt. Sag ich doch. So, ich hab' jetzt noch genau 20 Sekunden. Ne, 20 Sekunden möchte ich gerne ein bisschen was einsammeln hier noch. Und dann gehe ich vom Server und ich bedanke mich und ich sage, ich bin euer Trood rein. Tschüss, tschüss. Tschüss.